Oh, ähm, ich schaue eben auf die Uhr. Hier sind wir wieder. Boah, ich brauche eigentlich was zu trinken. Scheiße. Ähm, ich habe 20.000 Seelen gesammelt, hab den Schlüssel geholt und bin hier rein und wurde direkt getötet von so einem halbdurchsichtigen Dude. Und da ist er. Oh, hier sind ganz viele von denen. Ich sehe nämlich da noch einen Dude. Aber ist halt nur so ein Ritter. Das dauert halt ein bisschen bei dem, aber... Oh, 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 oh. What? Scheiße. Aber ich bin mal gespannt, wie viel XP der mir gibt. Wie viele Seelen. Ich nenne es XP aus... ...Gewohnheit irgendwie, aber... ...ja, ihr wisst, was ich meine. Das war ein bisschen härterer Fight. Dauert schon. Wenn der jetzt nicht ordentlich Seelen gibt, dann... ...weiß ich auch nicht. ... ... ... ... ... Oh Oh! 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 Ja! 3000! Ich frage mich, ob der zurückkommt. Oder ob es ein einmaliger ist. 3000 Seelen, das ist schon nice! Äh, ich kann mittlerweile auch die Waffe tragen. Und ist er noch da? Tatsächlich ist er nicht mehr da. Aber ein Kackmagier ist da. 2000 Euro, okay. Ich muss halt hier ein bisschen aufpassen. Dass ich nicht hier einen Haufen Gegner pulle. Ich sehe sie ja kaum. Hier in dem Nebel. Die sind durchsichtig. Hier ist immer nur Nebel. Und alles sieht gleich aus. Grün und so. Das... Muss man ein bisschen aufpassen. Oh, da ist noch. Tier sieht schon ein bisschen kräftiger aus. Ist es vielleicht... Das ist ein Gegner. Oh shit. Da ist noch einer. Renne ich lieber erstmal ein Stück. Nicht, dass ich während des Fights hier noch einen Gegner ziehe. Ich hoffe, er hat keine Magie drauf. Soh... Pfff! I didn't tell. Pfff! Das ist halt noch ein Magier, denke ich mal. Ups! Fuck! Nee, da gehe ich lieber in Sicherheit. Zwei Stück möchte ich dann doch nicht fighten. Also wenn ich hier sterbe, dann ist es auch nicht so schlimm. Wannen wir ruhig. Hoi. Pfff! Ich hab schon Schiss gehabt, dass ich da runterfalle, ne? Aber das hier müssten zwei Level Up sein. Alter, ey. Gutes Gebiet, hat sich belohnt. Hm, ja, nicht ganz. Nicht ganz zwei Level Up. Ich versuch, die mit dieser Waffe hier platt zu machen. Einfach deutschen Stadt blocken. Vielleicht nehm ich auch den Helm ab, dann kann ich besser rollen. Macht's einen Unterschied. Zum Glück steckt er da hinterm Baum. Zwei Taulen, ne? Das ist schon sehr nice. Der Bastard. Wie der einen auch nervt. Nochmal zweiter... Oh, das ist schon sehr nice. Sobald ich ne bessere Waffe hab, kann man hier auch ordentlich farmen. Hier struggle ich ja schon ein bisschen. Oh... Schuss! Oh. Schleppt so. So, einen kill ich noch für ein Level up, für ein zweites. Oh, das Gebiet hier ist echt geil. Der hat niedrige Range mit seiner Waffe. So. So, wie viel gibt der? Tausende. Ja, ne, dann reicht das noch nicht ganz. Würde ich gerne noch schnell. Geht's denn hier lang? Ja, wir erkunden das Gebiet. Ich merke schon, die Gegner sind ein bisschen schwerer. Hauen schon ordentlich rein, aber ich chill hier eben noch ein bisschen für XP. Ein bisschen erkunden. Wird wir auch mal was neues sehen. Vielleicht finden wir hier auch ein cooles Item oder so. Sind wir eigentlich? Steht hier nirgendwo, ne? Oh, da sind Pilze. Hier. Mal gucken, was die, was die so machen. 50, ja, ne, ne. Dann... Dann geh ich mal wieder zurück. Oh. Ich hab mich nur verlaufen. Ähm... Ne, da haben wir es dann. Äh... 13.000... Sollte... Sollte reichen. Wenn nicht, dann kill ich halt eben noch ein. Ähm... Das Gebiet gibt aber ordentlich... Schon ordentlich Seelen. Also... Der hängt irgendwas in den Bäumen. Aber diese Seite hab ich eh ja noch nicht komplett... Also... Hab ich eh noch nicht komplett... Erforscht. Also hier kann man... Ich hör auf jeden Fall Schritte. Oh da, ich seh's. Ein durchsichtiger... Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh, und Bäume. Eieieiei... Eieieiei... Oh shit! Ich weiß nicht mehr, wo lang. Kacke. Ich hoffe, es ist... Ja, es ist hier. Okay, jetzt kann ich in Ruhe sterben. Ach du Scheiße, sind das viele. Nee, nee, nee. Nee, nee. Aber ein so ein Durchgang bringt bestimmt viele Seelen. Jo, ich würde sagen, das hier haben wir erledigt. 7.000 Seelen. Ja, ähm, was mache ich als nächstes? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann aber den Helm jetzt tragen, wieder. Ja, nee. Ich muss ein bisschen Kondition skillen. Äh, ich kill mal ein. Äh, ein Level jetzt. Mach ich noch. Ja, ist ein bisschen blöd, dass ich... On-Screen-Level, aber... Shish. 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 Was macht der da? Was macht der da? und tausender dieses spinnenschild habe ich schon mal gesehen in dem video so das waren semi fixe oh what so ich glaube die durchsichtigen die kommen nicht mehr wieder also wenn ich hier ah da ist ein durchsichtiger oh shit oh 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 Oh, der hat mich hier... Dieser Bastard. Ja, aber 20 Minuten farmen, das reicht, ey. Ich hab genug. Also, ich hol mir die Seelen jetzt zurück, level einmal und dann... ...schaue ich mal, was ich als nächstes mache. Ich könnte... Ich glaube, der hat mich hier nach rechts gelockt. Ja. Ja. Noa. Ich erkunde mal ein bisschen Ach, die geben auch nur 100 Das sind aber auch ganz normale Räume Die dann halt auch normal XP bringen Oh 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 So, ich will wissen was da an der klippe ist muss aber auch auf auch aufpassen dass ich nicht aufgelauert werde oh shit ach so dass die hydra interessant ich hoffe es ist mehr als fett sieht auch noch cool aus wie vergleiche ich das es ist minimal schwerer die handschuhe sind leichter oder sind die handschuhe auch schwächer coole sieht schon sieht schon krass aus ich glaube ich kann das jetzt mit jedem hier aufnehmen easy aber nur gut das sollte das level ab sein das reicht es reicht ich pack noch einen auf kondition pack ein bisschen leichtere klamotten ein dann passt das schon und dann gehen wir ich glaube wir gehen zu hydra aber das hier ist schon ein nicer farm spot werde ich auf jeden fall nutzen äh ja aber ich schau mal hin ein etwas leichteren helm der ist nur ganz ganz wenig leichter aber der hier ist ok ne da fehlt mir noch ein level kann ich das tragen dann müssen wir noch einen leichteren helm nehmen ok jetzt geht es wieder äh ungern aber hey so jetzt weiß ich gar nicht was ich machen soll ich ah ich gehe wieder in den wald ja man ich nehme die zwei hand das ist irgendwie besser da upsala also dafür müsste ich hier raus ja mache ich auch scheiß drauf aus versehen den schweren angriff benutzt der ist sehr langsam auch sehr tödlich aber auch sehr langsam aber mit dieser waffe werde ich auf jeden fall noch viel spaß haben ich brauche noch ein besseres schild vielleicht aber sonst alles ok äh ich muss noch weiter nach unten oder ok ja hier bin ich richtig und dann moment boah das ist ein richtig langer weg wenn ich hier jetzt verkacke scheiße mich nicht das ist wie du hier hier habe ich ja hier 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 Untertitelung. BR 2018 Oh shit! Ach du Scheiße, wie weit geht das denn? Ich habe jetzt ein bisschen Schiss, obwohl ich habe gar keine Seelen. Das einzig Schlimme ist der Weg. So, wie komme ich an die Hydra dran? Oh shit! Ich bin tot. Wie soll man denn an die dran? Ich muss ja auch noch ins Wasser, oder nicht? Was geht in hier? Okay, sie scheint mich in Ruhe gelassen zu haben. Das ist eine ganz schön lange Leiter. What? Keine Ahnung, wie man die Hydra besiegen soll. Wie sich der dran kommen soll. Aber ich spüre einfach erstmal hier lang. Hier ist nochmal Leiter, okay. Ritters Seele. Dann geht es noch weiter nach oben. Jetzt bin ich mal gespannt. Ist doch bestimmt irgendeine Abkürzung. Oh, keine Estos mehr. Was ist denn hier? Wo ist der Woodsgarten? Wo ist der Woodsgarten? Ach nein. Bin ich vielleicht auf der anderen Seite hier? Von dem 20.000 Seelentor irgendwie auf einer Seite? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin es. Tatsächlich. Ich glaube schon, dass die miteinander so verbunden sind. Scheiße. Beim nächsten Hit bin ich tot. Und ich bin tot. Na gut. Ich schau mal auf die Uhr. Das ist halbe Stunde her. Ich hol mir eben schnell was zu essen. Und dann komm ich wieder. Bis zum nächsten Mal.